Hallihallo und ein Grausherrtes Willkommen auf meinem Kanal und ein Schleimhaal und ein Schleimhaal und ein Schleimhaal und Und es kommt peer-to-peer nur in Panschen. Und wir verblöken mittlerweile nur uns, weil er halt jeder so eine Verbreitung hat. Und dass er sich allenbei nur noch kaum ist. Und ja, die Menschen, die Menschen, die wollen das aber auch. Und wie können sie peer-reiber? Ja, also es war ein Interessenten, Sturkurs zum Beispiel, oder so. Ja, die Menschen, die... Wir benutzen ja nur 10% unserer FQ-Fund. Ja, ähm... Wieso benutzen wir ja dann nicht mal statt nur 10%, 100%? Wieso... Ähm... Ist der... Ist der Mensch... Was ist denn... Mit... Mit... Den... Äh... 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 Einbergen... 90%... Äh... 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 Ha... Da ist die Frage in den Augen... Äh... Und... Äh... Und... Ein... Er... Ein... 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 Er... Ein... ый... Ein... Dauersuchsturm... Oder... Oder... Oder so weit. Ähm... Wie... Ähm... Wie... Feng... F... F... Frauentunsch. So was will doch eigentlich keiner wissen. Oder wie seht ihr das? Ich sehe mich für lieber Abende an meinem Computer. Ein Stellspieler Bauer zu V oder so. So einen Vorteil zu drehen, gut. Ich weiß noch, wie taggeht wird. Aber selbstverständlich kann man nicht mehr immer glauben. Die Mädchen sind in der Mitte der Welt voll von Gewalt. Die Mädchen sind in der Mitte der Welt. Die Mädchen sind in der Mitte der Welt. Die Mädchen sind in der Mitte der Welt. Ich bin ein geborener Christ. Und sage mir, das ist eine gewaltige Gewalt. Die Gewalt der herrlichen Sünden sollte er auch noch angucken. Und über so eine Schönerie wie ein paar Mal so Traum oder gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Und über so eine Schönerie. Die Menschen sind in der Mitte der Welt. Die Menschen sind in der Mitte der Welt. Das ist ja weh, aber schreibt doch mal in die Kommentare. Weh, 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 weh. Was ihr da auf einer Seite zu sagen. Jetzt genießt ihr mal bitte die Freude noch ein bisschen zu ändern und mein Liebstes Montag. Ich bin ab nächster Woche Dienstag über die Industrialität. Das heißt, ähm, 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 da kommt erstmal nicht in der Zeit, wo ich, äh, äh, in die Industrialität bin. Ich bin immer so, ähm, 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 ähm vom Leben von mir. Schauen wir mal. Und ich lehe es mir zu sagen, ich bin da oben da. und abonniert meinen Kanal und kommentiert dieses Video. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht mache ich morgen Nachmittag Abzug gegen Umwirkel. Ich bin noch ein bisschen zu sehen. Ja, so kann man ihn noch aussehen. äh, eine Lime, eine Lime, eine Lime, eine Lime, 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 Schauen wir mal, bei, wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen Wochenende und man sieht es, vielleicht am Montag nochmal, schauen wir mal, bei, bei, mach's gut, bis bald, euer Seite schon 3 1 0 8. Oh, oh, oh. 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 Genießt noch die Tour und mein Titel, der so überrascht ist bei der Tochterung. Und dann kommentiert man dieses Video. Und schreibt mal bitte vor, was euch noch so interessiert haben würde. Vielen Dank. Sie haben mich nicht angeht. Ich bin ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Ich bin ein Mann, ein Mann, ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich hab mich immer mit der Veränderung gesehen und aus dem Motiv so hart wie ich war. Und so hat man mich auch vererätigt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Und dann, wenn ich es nicht mag, wenn ich es nicht mag, weiß ich es nicht für mich, zu spüren, zu spüren, zu spüren. Und ich hörte durch die Kuhn gehören und wollte auch das Mordene, dann spiel ich mich in so einer, und zwar, ich denke an die Fantasie. Sie gibt es in meinem Tumdor immer, erst dann, wenn ich es nicht mag, will ich es nicht für mich, zu spät, zu spät, zu spüren. Aber ich weiß es schon, kann man sich, wer aber das schon, ich bin Tua, aber du willst nicht, aber du nicht will, das ist eine andere Sache. Bei der Kuh, ich höre, ich höre, ich gucke euch mal das Steiname an, ich weiß nicht, ich mach mal ein Fotopumpel-Stadion. Und dann wieder einmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Okay. Okay. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Okay. 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 Okay.